Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Style & Talk Video von mir. Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen hier zurecht machen und dann dachte ich mir, ich film mal und quatsche mit euch. Und ja, ich starte dir gleich das Video hier in meinem Badezimmer, weil hier auch meine Schminke ist. Das Einzige, was ich schon gemacht habe, ist mein Gesicht gewaschen. Ich habe meine Balea Aqua Creme aufgetragen und auch diese Nude Magic Blur Cream. Ich möchte die eigentlich mal leer machen, weil ihr seht, die macht nichts. Also ich weiß nicht, was die machen soll, aber die macht nichts. Deswegen mag ich die nicht, aber ich mache sie jetzt leer. Es fühlt sich halt so seitig auf der Haut an. Das ist das Einzige, aber das Gefühl brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber naja, ich weiß gar nicht, was wir quatschen sollen. Ich habe hier mein Ei, das ich jetzt nass gemacht habe und ich schmier mir die Perfect Match Foundation in das Gesicht. Ich habe leider ein bisschen zu dunkel gegriffen, aber es passt sich recht gut an, muss ich sagen. Also ich habe die N3 Beige Cream, Creamy Beige. Es passt sich aber doch ganz gut an. So, ich habe hier meinen riesigen Spiegel. Ich habe gerade das Video bearbeitet. Ich weiß gar nicht, wann ich dieses Video online stelle. Ob ihr das andere schon wahrscheinlich gesehen habt? Keine Ahnung. Also es ist bei mir im Moment, habe ich so viele Videoideen, aber irgendwie, weiß ich gar nicht, ist alles hochland. Ich habe gerade das Video geschnitten, wo ich meinem Mann gesagt habe, ja, dass ich schwanger bin. Dass wir unser zweites Mäuschen erwarten. Dann bin ich echt gespannt, wie euch das gefällt. Ich habe jetzt versucht, nicht alles reinzunehmen. Ich habe da viel mehr Videomaterial gehabt, aber ich habe nur so einen kleinen Teil, damit ihr seht, was ich für ihn vorbereitet habe. Und auch kurz seine Leidreaktion. Und ja, dann habe ich vor, nächste Woche eine Vlogwoche zu machen. Also ab morgen versuche ich dann zu vloggen, jeden Tag. Lea ist auch morgen zu Hause und ja, also so sieht jetzt das Make-up aus. Also ich finde, es ist sehr, es ist jetzt nicht sonderlich deckend. Brauche ich aber auch nicht für den Alltag. Es ist so, es passt sich sehr schön der Haut an. Irgendwie sieht es aus, als wenn ich nichts drauf hätte. Hoffentlich bei euch auch, aber so ist die Kamera. Definitiv. Dann kommt mein geliebter Concealer, die Camouflage von Catrice, die ich auch mit dem Schwamm eintupfen werde. Wißt du, was mir letztens, gestern passiert ist? Passiert, aber was war? Ich war auf Amazon und habe, wie ich will, möchte nämlich wieder so einen Malmkommode, ne? Als Wickeltisch mit so einem Aufsatz dazu, ne? Also so, was sie bei Lea auch hatten, nur dass ich, glaube ich, dieses Mal diese drei Schubladen nehme, weil es doch ein bisschen höher war, diese vier Schubladen für mich. Ich bin ja zwar nicht die kleinste, ich bin 1,69, 1,70 so ungefähr. Mir kommt vor, ich bin gestrumpft. In meinem Reisepass steht 1,70 und ich habe mich letztes Mal gemessen, da war es 1,69. Keine Ahnung. Aber, das war, glaube ich, zu früh noch zu früh. Wollte ich jetzt diesen, dieser, diesen Aufsatz für den Wickeltisch bestellen über Amazon und da hat der Aufsatz jetzt nur so ein stinknormaler Aufsatz für die Mai 20 Euro gekostet. 1,95. Die Bewertungen waren super. Ich habe jetzt nichts Spezielles genommen, sondern einfach von, ja, von so einer Firma, das bestellt, ne? Und dann gehe ich zur Kasse und dann steht Artikel 19, habe ich auch einmal auf Instagram gepostet, könnt ihr gerne mal nachschauen, unter ninaslive-youtube. Und da steht Verpackung und Versand 99 Euro. Natürlich habe ich es dann nicht bestellt, ist klar, aber die spinnen doch, oder? 99 Euro für Verpackung von diesem Tisch. Jetzt habe ich, jetzt kostet, jetzt habe ich eins bestellt, ich glaube, insgesamt 35 Euro oder so. Wahnsinn, aber das zeige ich euch alles noch, wenn der Wickeltisch dann aufgebaut ist. Setten durch das Ganze mit dem Essence All About Matte Puder, einfach mit so einem Pinsel, ein bisschen unter die Augen, nicht viel, weil meine Haut in der Schwangerschaft sehr trocken ist. Und deswegen, je weniger Puder ist, desto besser, aber von gewissen Stellen brauche ich es einfach, da geht es einfach nicht ohne. Dann nehme ich von der Balm den Bahama Mama Bronzer. Ich tue ihn als Kontursetzen, ich habe den jetzt schon länger, aber ich habe ihn nicht verwendet. Und jetzt seit ein paar Tagen verwende ich den, der ist sehr, sehr dunkel, wirklich sehr, sehr dunkel. Man muss sehr, sehr aufpassen, sehr, sehr viel abklopfen, weil das einfach viel zu dunkel zu meiner Haut ist. Aber ansonsten finde ich das Ergebnis wirklich sehr schön. Jetzt haben mich auch ein paar Leute gefragt, wie, guck mal, ich muss jetzt alles verblenden, wie Lea auf die Schwangerschaft bis jetzt reagiert. Am Anfang hat sie immer gesagt, nein, sie will fast nicht so in der Art. Also sie möchte kein Geschwisterchen, wie ich gesagt habe, dein Bruder oder so. Hat immer geheißen, nein, ich möchte nicht. Und dann habe ich gesagt, du kannst aber dann mit deinem Bruder spielen, dann wird dem nie langheilig. Nein, das möchte sie nicht, das will sie nicht und so Sachen. Naja, ich habe schon wieder so ein bisschen die Sorgen gemacht diesbezüglich, aber jetzt auch im Kindergarten hat die Erzieherin gemeint, sie erzählt so viel von ihrem Bruder, dass sie mit ihm spielen wird. Und ja, also glaube ich, langsam gewöhnt sie sich dran. Und ich lasse sie auch an der Schwangerschaft so gut es geht teilhaben. Also sie ist auch ein paar Mal, ich glaube zweimal zum Ultraschall mitgekommen, aber es ist mir immer so ein bisschen stressig, alleine mit ihr hinzugehen. Und deswegen lasse ich sie in der Zeit auch immer gern zu Hause, beziehungsweise bringe sie zu meiner Mutter oder so. Aber so sie, sie küsst ganz oft den Bauch und sagt meinem Bruder und auch im Kindergarten. Das fand ich richtig schön zu erfahren, also dass sie so drauf reagiert langsam. Und ja, richtig schön finde ich das. Ja, mittlerweile, glaube ich, gewöhnt sie sich auch dran, auch die Sachen, was sie zieht. Jetzt kam so ein Päckchen von Hip an, das habe ich euch im letzten Vlog gezeigt. Und da hat sie dann, hat sie gefragt, was das ist, da war ja so ein Rassel dabei. Ich zeigte sie, das ist ein Bruder, so ein Splittzweck, das ist für Babys. Dann hat sie so geguckt und hat sie gesagt, ja, für Babys, oder wenn sie mal sieht, dass ein Baby weint, dann sagt sie dann auch immer so, ja, so eine Art halt, wie ihr Bruder halt, das ist halt ein Baby wie ihr Bruder, so eine Art, ne, langsam freut mich das, dass sie das versteht, weil ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, weil am Anfang wie so reagiert hat, nein, das möchte sie nicht und sie möchte nicht mit ihm spielen, sie möchte nur mit Mama und Mama alleine, er darf nicht in unserem Haus sein und so, ne, also, es war, ähm, hat mir schon so ein bisschen Angst gemacht, aber ich glaube mit der Zeit. Und außerdem gibt es eine Folge von Caillou, kennt ihr den Zeichentrick von Caillou? Dort gibt es da auch eine Folge mit, wo dieser kleine Caillou halt das Geschwisterchen bekommt, ne. Wie wäre es noch lieber, wenn es umgekehrt wäre, wenn ich irgendwo einen Zeichentrickfilm oder irgendwas finden könnte, wo das Mädchen, ein Mädchen, ein Bruderchen bekommt, muss man gucken, ob es sowas gibt, weil ich finde, dadurch versteht sie das so mehr und ich weiß nicht, also, das ist sehr spannend. Und am MAC den Give Me Sun, ist ein Bronzer mit Glitzerpartikeln, also, ja, ist schon matt, aber er hat so ein paar kleine Schimmerpartikel, so irgendwie, ich finde, es gibt dann so einen gewissen Sonnentouch, wenn man in der Sonne gewiss nicht mehr hat. Ich verwende den MAC Soft & Gentle Highlighter, ich mag den wirklich sehr, sehr gerne verwenden, aber auch in meinen Favoriten drinnen und, wie ihr seht, ich habe den doch ganz gut verwendet. So stark ist die Kohle gar nicht mehr, aber ich verwende den ja das ganze letzte Jahr und auch dieses Jahr jetzt und mag ich sehr gerne. Was wollte ich jetzt, was wollte ich fragen? Jetzt gibt es die neue Live-Funktion bei YouTube. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wie die richtig funktioniert. Ich habe die jetzt bei Jessie Online gesehen. Ich mag sie ja unheimlich gerne, Jessie Online auch. Ich gucke diese Frau so gerne. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich weiß nicht, so ein positiver Mensch und ich mag sowas echt gerne. Ich hasse immer diese, ich hasse, ich mag diese extrem negativen Menschen nicht und sie ist immer so positiv und ich mag wirklich ihre Videos sehr gerne. Ich weiß, dass die Meinung nicht guckt und sie wird das auch nie sehen, aber ich sage es euch jetzt einfach, ich mag ihre Videos wirklich, wirklich unheimlich gerne. Und sie hat das jetzt ein paar Mal verwendet und das fand ich richtig spannend. Das kann man mit dem Handy machen. Würde euch das interessieren, wenn ich das hin und wieder mal mache und welche Uhrzeiten sind da am besten? Also ich kenne mich da eigentlich aus. Ich bin, mache immer nur die normalen Videos, ne? Ich habe mal da eure Meinung dazu in die Kommentarbox, an was ihr zu diesen Live-Chats, Live-Aufnahmen, was ihr davon haltet. Ich habe euch auf Snapchat schon erzählt. Ich bin ja auf Snapchat und Instagram sehr aktiv. Dann müsst ihr, wenn ihr uns mal hier von mir... Also, wenn, kurz unterbrechen. Oder ihr einfach mehr von uns sehen möchtet, dann auf jeden Fall Instagram und Snapchat schreibe ich euch. Oder ist auf jeden Fall wie immer in der Infobox verlinkt. Und, ähm, was soll ich jetzt überhaupt sagen? Jetzt habe ich kurz unterbrechen müssen, jetzt habe ich mir die Kamera gebrochen. Ähm, da habe ich euch berichtet, dass wir uns schon nach Urlaubs, äh, Hotels und so Sachen umschauen. Ich freue mich schon. Ich sage so, ich bin so richtig irgendwie urlaubsreich, obwohl ich jetzt zu Hause bin. Aber irgendwie freue ich mich, wenn das Baby dann da ist. Ja, wird es dann schön alles mit der Familie gemütlich und in den Urlaub gemütlich wird es wahrscheinlich nicht so sehr. Aber, ähm, obwohl ich denke schon, weil es Baby wird sein, oder? Der Alzheimer wahrscheinlich wird es jetzt... Oder es wird nicht so aktiv sein, ne? Und, ach, ich freue mich, wo fahrt ihr heute? Oder fahrt ihr irgendwo in deinen Urlaub? Urlaub? Also, bei uns wird es dann wahrscheinlich, ähm, Baschka sein. Also, es gibt Baschka-Water und Baschka. Baschka ist auf der Insel Krk. So ein Örtchen. Oder eine Stadt, ein Örtchen, keine Ahnung. Und Baschka-Water ist einfach eine größere Stadt, ne? Ach, ich freue mich, ich muss niesen. Doch nicht. So, in der Zwischenzeit, wo die Kamera aus war, habe ich meine Augenbrauen, wie ihr seht, schon gemacht. Einmal mit dem... Catrice. Guckt mal, wie klein. Langsam nähert sich das dem Ende. Äh... Äh... Eyebrow irgendwas. Dated with F. Äsch, noch immer das Alte. Es gibt jetzt wohl die Neuen auch. Und fixiert mit diesem Eyebrow-Filler von Catrice. Genau. Nächster ist jetzt eigentlich Augen und Lippen. Meine Augen... ...tusche ich, glaube ich, halt einfach nur. Meine Lippen... Äh... ...gebe ich, glaube ich, nur... ...von Rosal hier. Das ist aus Kroatien. Guckt mal, möchte ich gerne leer machen. Also mehr ist da nicht. Es gibt Farbe ab. Ne? So eine Neuen-Farbe. Und ist auch aber ein Pflegestift, der jetzt nicht unbedingt so gut pflegt, aber... ...dann habe ich ihn bald leer. Und jetzt tusche ich meine Wimpern mit der Make-up Factory. Hier, Lash-Extensions. Das habe ich letztes Jahr von meinem Mann zum Geburtstag bekommen. Und ich mag sie sehr gerne. Am Anfang habe ich sie nicht gemocht, aber jetzt ist sie wirklich gut. Und Bürstchen habe ich euch aber auch in meinen Favoriten wieder gezeigt. Deswegen muss ich gar nicht so extrem drauf eingehen. So, meine Lieben. Meine Wimpern sind getuscht. Wie schon gesagt, mit der Mascara. Und ich habe ein bisschen diesen Bahamama einfach unten auf dem Wimpernkranz aufgetragen. Und dann kümme ich meine Hörer. Dieser Tangle-Teezer ist mir so oft runtergefahren. Wie wundert es, dass der noch lebt. Ja, auf jeden Fall ist es bei uns Sonntag. Wir werden heute zu meinen Eltern wieder essen gehen. Letzten Sonntag haben wir bei uns gegessen. Und diesen Sonntag wieder bei meinen Eltern. Und das machen wir eigentlich immer. Mit meinen Familien essen wir am Sonntag. Und dann werden wir wahrscheinlich auch in die Stadt gehen und gleich was trinken. Oder mal schauen, was wir machen. Auf jeden Fall. Was ist das jetzt, meine Lieben? Ich hoffe, es war interessant für euch. Hinterlasst mir gerne Feedback da. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir meine Gleitfunktion. Ich finde es immer bei meinem Make-up. Ich habe auch so viele Sachen schon gesammelt. Ich muss mal gucken, ob sich das für eine Kategorie Aufgebraucht-Video ausgehen würde. Muss ich mal schauen. Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen auf dem Atem. Also ich habe das Gefühl, das Atmen fällt mir seit dieser Woche, seit der 27. Woche extrem schwer. Also ich habe gestern zu meinem Mann gesagt, am Abend wie kann ich nicht atmen. Ich weiß, was da los ist. Aber man merkt so richtig, wie hoch das alles schon raufgerutscht ist. Und ich glaube, das zerdrückt einfach meine Lungen und was weiß ich. Aber ja, das gehört dazu. Solange alles in Ordnung ist, möchte ich mich nicht beschweren. Es ist alles perfekt. So, meine Lieben, macht gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.